Mein nächster Künstler hier bei uns im Fernsehgarten und Tour in Graz gehört zu den wenigen deutschen Stars, von denen man getrost behaupten kann, sie haben national und international Musikgeschichte geschrieben. Schon während seiner Zeit mit Modern Talking führten ihnen unzählige Chart-Erfolge in fast jeden Winkel der Erde. Ich freue mich sehr, dass er heute hierher gekommen ist. Ich mag ihn sehr, sehr gern, vor allem eben auch als Künstler und Mensch. Er ist sowas ein bisschen wie der Gentleman of Music. Thomas Anders. Musik 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 Musik